Das Ende aller Tage brachte das Ende der Menschen. Und jene, die die Welt zerstörten, erklärten sie zu ihrem Eigentum und Eindringlinge zu ihren Feinden. Lebendige Tote und monströse Kreaturen werden dich jagen. Und die Ausgestoßenen des Himmels folgen dir wie Falken auf deinem Pfad. Aber kein Feind ist so furchterregend wie die Höllenbrut selbst. Sie alle stehen dir im Weg, Reiter. Und ihre Zahl ist viel tausend mal tausend. Sie alle müssen sterben. Das Ende der Laufenden WDR 2018 WDR 2018 WDR 2018 WDR 2018 Vielen Dank.